die Ute ab die Wartezeit übersprungen ich glaube es mal jetzt mal weil es warten es wird ja bestimmt nicht sehen das lohnt sich jetzt noch nicht immer noch nicht immer noch nicht immer noch nicht die jetzt immer noch nicht immer noch nicht Prozent aber nein und jetzt ist man soll ich bin lassen die Fels und ich habe die Maddox dann ich will mich gerade um alle Hilfe Schatz drauf das war alles was die ganze Zeit abgeballert werden und das ist ein Fettzeug so ein Fettzeug-Reviel und meine Haftkommung 14 Schaden aber in den Fettzeug waren sie gar kein Schaden ja ist auch ein Fettzeug und Faktor kommt ins Futter Fettzeug komm her, komm zu Papa und ein Fettzeug abgezogen nein zugefügte Schaden 6.55 oh Gott, was geht mir? ja ich vergaß schon oh scheiße ich bin wie Hitler, ich vergaß ach, nicht schon wieder du für der Sniper haa, like a boss nein Sniper Lengendier oh scheiße Sniper oh du musst du mix in das Handeln Alter, wir kämpfen da mit Teleporter dieses Sniper ich glaube das hatten wir vorhin schon oder beim letzten Mal du hast auch den Pfeil in deinem Kopf ach stimmt da kommt ein Heavy, der ist schon fast da und jetzt ist er down allein durch mich da kommt noch mehr das auf Sniper auf, ich hasse Sniper wo es von ihm als Sniper Alter, der hat folgende A-M-Bot, der hat mich gerade geheadshotet ja okay ganze Zeit komm Bombe, ich will runterbrüchen oh da kommt einer von der Seite ein fatter Sniper okay oh man, der kommt wieder in so fett Zakebi mehr Charge doppelter Charge ah warte, das haben wir gleich wir müssen runter verdammt okay, der Medic ist down oh scheiße, scheiße, killt den Heavy hab ihn gehauen abzone perfekt okay, super oh man, da kommen noch zwei was scheiße sind das noch mal nicht gut, nicht gut, nicht gut gar nicht gut da ist er tot ah, okay, die Medics sind wieder down nein ach, schon wieder so ein Kack-Sniper ja, das leben noch Medics scheiße, 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 scheiße nein, der geht rein, der hat, der... waaaaaah nein 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 das war ich knapp wirklich knapp das war verdammt knapp das war verdammt knapp sieben noch drauf haue hat will getan hey, dre ich mal um was willst du ich kaufe nix also das überspring ich wieder, ne, Leute ach was, das passt schon ja, das mach ich halt im Mund, das ist richtig effektiv es wird so, passt doch du, passte ich glaube, ich verstehe, ich verstehe, ich verstehe das ist, dass ich es kenne, dass ich das bitte, dass ich das tue ich glaube, ich hab' noch lebt Ich fick sie voll weg. Ich bin wie eine Prostituierte, ich fick sie voll weg. Was? Nee, kein Sinn. Ich hab's vergessen, Leute, das habt ihr jetzt nicht gehört. Ich hab's gehört, ich bin schockiert. Na, das vergesst du jetzt auch am besten. Sieh in meine Augen, sieh in meine Augen, ich steh nicht auf dabei, sieh in meine Augen. Du bist in Trance, du vergesst jetzt, was ich fortgesagt habe. 1, 3, 2, 1, du bist wieder hier. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Wollt, dass wir zusammen spielen oder öfters spielen wollen, dann könnt ihr euch einfach mal nachschreiben oder Daumen hoch, wenn ihr euch nachdenkt. Jetzt werde ich dir schon Daumen hoch greifen. Ja und? Ich werde zu Herr Tutorials, das ist Stufe 1. Bitte in einem Jahr bin ich so. Hey meine Freunde, gebt einen Daumen hoch, fahre, so sieht das Video. Werdet ein Gefaker auf Facebook. Folgt mir auf Twitter. Oh, mein Schmeister. Oh scheiße! Ich bin stunned irgendwie, kann man sich bewegen. Da hat jemand ne Sensi platziert, ähm zu uns Scheiß. Echt? Okay, die Sensi ist down, heh 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 heh. Nein, von hinten! Oh man, die sind schon deflector hier wieder. Oh man, das ist so deflector hier wieder. Aber das schaffen wir, das schaffen wir. Oh mein, das ist so deflector hier wieder. so das ist gut aus, aber wir haben es geschafft, wenn wir es jetzt nicht vergeigen Ingenieur lebt noch ich bin hier schonmal Mann, meine Stimme ich bin ein bisschen erkältet, verdammt nicht nur du ich wette am Mittwoch bin ich krank und dann haben wir schulfrei wenn man es streng nimmt, bin ich schon seit Februar krank es ist Mai ich weiß konnte ich schwören, ich habe da gerade einen Scout gesehen Scheibenkleister I'm giant head deflector heavy and this is my weapon oh man, das ist ein deflector heavy, so nervig macht zu viel Schaden, obwohl ich Resistenz voll habe Oh Gott! Ich f*** ihn jetzt im Nahkampf Oh, ich habe f*** ihn gesagt Ah, der ist ohne Fall Ich habe ihn runtergeschubst Sehr schön Mach ihn fertig Mach diesen Fettsack fertig Fettsack Sehr schön Fettsack, du hast den Fettsack erledigt Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, da kommen zwei durch, verdammt Ok, der Medic ist weg Ich komm nicht wandern an den alten Nein! Das schloss mir die ganze Erwecknis an Scheiß Scheiß, das ist mein Bespieler Ok, anscheinend scheinen wir jetzt zu hängen, oh, das wird wieder scheiße knapp Nein! Nein! Wohhh! Hier! Weggeschubst Boah ey! Mein Herz! Ich habe kein guter Arbeit, macht die Runde 91 Ihhh! Noch zu gut ja hier nochmal die liste falls ihr die sehen wollt oder euch interessiert was für das ist 139 wie viel hast du? wie viel kills was? ich habe 139 kills wie viel hast du? 75 aber musst bedenken ich bin scout ja stimmt ich habe nie auf schaden geskillt so ähm ich glaube ich überspringe das wieder ne? naja es kommt schon ihr Robo Pussys Blut und Eisen sagt Bismarck so jetzt habe ich sie ein bisschen das habe ich sie ein bisschen verstreut ja was macht du mal wie für ein Scheiß? Hilfe! Alter ich kill die nicht mehr was ist los? haben die in all den Überchurch drauf oder was? Scheiße ich werde von Scouts und Ziggeln! Nein! Chris Coffts! noch schlimm ich kill die nicht mehr mach ich so wie ich schaue oder was? Sibel hat in sich hier ist die neue Deutsche Welle Deutsche Welle hier ist die neue Deutsche Welle Deutsche Welle ist die neue Deutsche Welle die Deutsche Welle alle wissen wir eigentlich mach ich kein Kils mehr Albtraum Neid mit das ist ein neidwerb das ist ein neidwerb einer Wandhof weg ab! naa lieber nicht oder doch oje oje nicht gut nicht gut das kommt schon ich hoffe es dass ein paar Auslachs kommen das kommt schon her ihr Auslachs endlich wieder ein paar Kils juhu hey Sniper cool das kommt schon ich warte auf euch oh Gott oh Gott Fettsack haha was macht der Beirut er will sie nicht rein lassen you shall not fuck ey was war das? was macht das denn jetzt? ich glaub mal sagen das ist ein verdammter Rapid Fire Heavy mit Krits ja das glaub ich auch deswegen muss diese Medic jetzt verschwinden scheiße alter darf in der Luft gesniped what the fuck ich war 10 Meter Luft und hab mich getroffen alter der nervt voll der ist so stark oh mach Kritz ich glaub ich sollte mich mal ein bisschen auf Schützen jetzt einmal skillen ich hab jetzt nämlich nur auf Angriffs geskillt uhrach diese verdammten Soldiers haben es echt in sich auf jeden Fall ach schmiede so wie Pussy Sniper Nein Fuck Alter, die sind zu stark Alter, was war das für ein Kriterpicht und die halbe Map gehauen Wurrschö